Achtung, Anklage! Es ist Fitnesswoche. Lasst euch auf der Suche. Anweisung von Dr. Evelyn. Wissen Sie, ich finde es unglaublich, wie man sie behandelt. Dass sie nur ein Achtel so groß sind wie die, darf nicht heißen, dass sie nur ein Achtel so viel Respekt verdienen. Nicht wahr? Sagen Sie, Mini-Freund, ähm, ich... ich bin neugierig. Ist, ähm, ist bei Ihnen alles im richtigen Verhältnis? Sie wissen schon, Ihr Prügelstock, Ihr Generalstabskanonier, Ihr Kicherkolben, der Zeremonienmeister. Ja, nur nicht schüchtern sein, lass mal sehen. Meine Güte, Sie sind ein Dreibeiner? Was kriegt denn der zu fressen, hä? Sieht aus wie der Arm eines Babys mit einem Apfel dran. Die gute Nachricht ist, wenn Sie müde werden, können Sie sich drauf aufstützen. Ist, ist es wahr, was man über dich sagt? Oh, wie ein drittes Bein. Wirklich? Ähm, kann ich dir meine Handynummer geben? Bitte?